Quick-Tipp Grundrouten richtig zusammengebaut. Wenn du mit dem Game startest, startest du in den meisten Fällen mit dem Grundangeln. Das heißt, du gehst rein ins Game, gehst durchs Tutorial und gehst von da aus dann irgendwann weiter. Da kaufst dir vielleicht das erste Feeder-Starter-Set und das schauen wir uns mal eben an. Also gehen wir rein in den Shop, gehen hier auf die Routen, auf die Sets und sehen hier das Feeder-Angelset Start. Und wenn wir hier mal in die Details reingehen, zum Beispiel erstmal hier auf die Route und dann schauen wir uns auch gleich noch die anderen Komponenten an. Da sehen wir aber auch schon, dass das Starter-Set natürlich praktischerweise auch vernünftig zusammengebaut ist, so dass nichts passieren kann. Das heißt, dass nichts abreißt oder dass die Route bricht oder die Rolle geschrottet wird. Das Set ist sicher zusammengebaut. Also die wichtigsten Komponenten, die wir beachten müssen beim Zusammenbau von so einem Set sind einmal natürlich hier die Tragfähigkeit auf der Route und dann als nächstes, wie viel Bremskraft hat die Rolle. Und dazu muss einfach passen, die Tragfähigkeit auch der Schnur. Das bedeutet, wir haben hier 6 Kilo Tragfähigkeit, wie gesagt, jetzt hier auf der Route. Darunter ist die Tragfähigkeit der Rolle und dazu muss dann passen die Schnur. Das heißt, die Schnur darf über der Tragfähigkeit oder über der Bremskraft der Rolle sein. Und zwar hat man so ungefähr, kann man so als Faustregel nehmen, das 1,5-Fache der Bremskraft. Das heißt, wenn wir das jetzt hier durchrechnen würden, nehmen wir uns mal eben einen Rechner zur Hand. 4 mal 1,5 sind wir also bei 6 Kilo Tragfähigkeit auf der Schnur. Jetzt ist 6 Kilo schon hart an der Grenze. Denn was passiert, wenn man eine tipptopp 6 Kilo Schnur hat und man hat vielleicht schon ein bisschen Verschleiß auf der Route, dann ist die Route schwächer als die Schnur und dadurch kann eben passieren, dass vielleicht die Route bricht. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, im Idealfall bleibt man mit der Schnur unter der Tragfähigkeit der Route. Wenn man das gewährleistet hat, kann einem die Route schon mal nicht brechen. Das Set jetzt hier ist natürlich ein bisschen leichter aufgebaut. Man könnte hier eine etwas stärkere Schnur verwenden. 5,2 Kilo zum Beispiel kann man glaube ich sogar kaufen. 5,2 Kilo, also auch das wäre durchaus möglich. Gehen wir mal rein hier, monophil. 5,6 Kilo gibt es. Okay, 5,6 Kilo, auch das würde eben noch passen. Immer darauf achten, wenn ihr hier bei den Schnüren eine höhere Tragfähigkeit habt, ist in der Regel auch die Dicke der Schnur größer. Wir haben ja jetzt hier 4,8 zu 5,6. Ich kaufe das Ding jetzt einfach mal und wir testen das einfach mal eben aus. Das heißt, ich baue mir hier mal eben das Set zusammen. Hier habe ich einmal noch die alte Version von der Lacerati. Die neue habe ich gar nicht. Aber einfach mal zum Demonstrieren. Wir nehmen hier einmal die Schnur mit 4,8. Hier ist die 5,6. In beiden Fällen sind hier 120 Meter auf der Rolle. Und wir sehen jetzt hier von dieser Schnur mit 4,8 Kilo, von dieser 0,26 Millimeter starken Schnur passen hier 159 Meter drauf. Wenn wir jetzt mal eben die tauschen auf die 5,6 Kilo, dann sehen wir, wir sind bei 141 Metern drauf. Also maximal würden hier drauf passen. Ihr seht also, es passt nicht ganz so viel Schnur drauf. Mit der Dicke der Schnur wird quasi, man sieht das ja hier oben, also auf diese Spule hier passen halt nicht unendlich viel Schnur. Je dicker die Schnur ist, die ihr da drauf wickelt, umso weniger Schnur passt natürlich dann hier drauf. Das einfach im Hinterkopf behalten. Und dementsprechend baut man dann eben hier sein Set auch zusammen. Wenn ihr dann irgendwann soweit seid, dass ihr euer Set selbstständig zusammenbaut und ihr habt euch vielleicht so was wie diese Karpfenrouten hier gekauft, Siberia Fortuna Carp, eine schöne Standard-Karpfenroute, dann braucht ihr natürlich passende Rollen und ein passendes Setup dafür. Und für die Karpfenrouten und gerade im Anfangsbereich lohnt es sich, man kann sogar die Feederrouten direkt überspringen, wenn man komplett erstmal auf Grundangeln geht und da sehr schnell auch die Karpfenrouten freigespielt hat, weil man seine Grundskills schon so erhöht hat, dann lohnt es sich natürlich direkt auf die Karpfenrouten zu gehen. Hier dann zum Beispiel die Schlaufenmontage auszuwählen als klassische Grundmontage und dann hat man im Anfangsbereich entweder am Anfang für einen Allround-Account eine Alpha sich zugelegt als Rolle oder eine HSV sich zugelegt. Schwerpunkt, wie gesagt, die Alpha eher fürs Allround-Angeln, die kann man dann später auch mal fürs Spinning verwenden und wenn man dann hauptsächlich beim Grundangeln bleibt, startet man vielleicht eher mit Level 22 mit der HSV und gönnt sich dieses schöne Gerät und hat dann die Möglichkeit, hier ordentliche Schnur auch drauf zu packen. Jetzt hat man hier natürlich den Vorteil, dass die Tragfähigkeit der Route so enorm groß ist. Dementsprechend richtet man sich hier jetzt vielleicht eher noch an die Bremskraft, an der Bremskraft der Rolle. Das heißt, auch hier eine Schnur wählen, die zum einen natürlich auf die Rolle passt, dass ihr ausreichend Meter auf der Rolle habt und zum anderen, dass die Rolle euch nicht kaputt geht. Ja, welche Schnur wäre denn jetzt passend für dieses Set? Das heißt, ihr kauft euch jetzt, wie gesagt, die CARB und dazu die HSV. Dann wählt ihr für die HSV übrigens eine Rolle mit einem sehr großen Spulenkopf, wo wirklich viele Meter drauf gehen. Ihr seht das hier in dieser Liste. Damit kann man das immer schön vergleichen. Wie viele Meter passen denn von gleicher Schnur Stärke? Wie viele Meter passen denn dann hier drauf? Und ja, auch hier in den Beschreibungen sieht man nochmal, dass es wirklich eine gute Rolle ist fürs Karpfenangeln. Und dafür verwendet man dann im Idealfall eine monophile Schnur, eine Monoschnur. Und wenn wir jetzt gerade mal eben schauen, was habe ich hier an Monoschnüren? Da ist doch was, zum Beispiel 23,7 Kilo, 175 Meter da drauf. Wenn man damit dann am Bärensee angelt, kann man das durchaus machen. Ihr könnt allerdings auch durchaus eine Stufe da drunter gehen, im Bereich so von 22 Kilo. Da eine Schnur drauf tun, dann reicht das, glaube ich, komplett. Ich glaube nicht, dass ich gerade eine in dem Bereich habe. 18 Kilo, 19 Kilo verwendet ich auch häufig. Wenn man jetzt hier sieht, eine 0,45 Millimeter Schnur, 19 Kilo als Tragfähigkeit. Dann hat man 200 Meter Schnur drauf. Auch das geht durchaus. Dann natürlich hier noch ein Bissanzeiger. Dann einen Futterkorb. Nehmen wir mal so einen schweren hier. Schön die Futtermische rein. Ja, und dann habt ihr eben nochmal die Möglichkeit, hier auch wieder zu variieren. Wenn man jetzt das Set aufbaut mit einer Alpha, könnte man da auch ganz gut eine geflochtene Schnur nehmen. Bei der HSV würde ich jetzt keine geflochtene Schnur nehmen. Da würde ich einfach bei der Mono bleiben. Die ist einfach dafür ausgelegt. Und ihr könnt dann hier zum Beispiel sagen, okay, ich gehe mit dem Vorfach vielleicht doch nochmal ein bisschen feiner dran. Denn sollte mir da irgendwie was passieren, dann reißt mir nicht die Schnur. Ich nehme mal jetzt hier so ein gekauftes, so ein Standard 17,4 Kilo Vorfach. Und damit seid ihr auch immer noch in einem guten Verhältnis zur Rolle. Die Rolle sollte nicht kaputt gehen. Das Getriebe ist sehr stabil. Über 30 Kilo hält das Getriebe aus, wenn es komplett heile ist. Das seht ihr ja hier in den Details. Das Getriebe hat hier minimalen Verschleiß gerade bei mir. Also, das sollte nicht kaputt gehen. Er reißt dann halt die Schnur, beziehungsweise in dem Fall würde jetzt hier nur das Vorfach reißen. Dann einen vernünftigen Karpfenhaken da drauf. Und ja, so. Zipzap, Kartoffel dran. Und ab damit in den Bärensee. Soweit erstmal das zu den Basis-Grundaufbau beim Grundangeln, beim Verwenden der verschiedenen Rollen beziehungsweise der Sets. Wenn das Ganze geholfen hat, dann den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.